Hallo und herzlich willkommen zum Input-Video Zinsrechnung mit dem Tabellen-Kalkulationsprogramm 1. Du wirst nun die Grundlagen der Software-Numbers erlernen und wirst mithilfe des Tabellen-Kalkulationsprogramms eine Zinsrechnung durchführen können. Balken werden mit Buchstaben und die Zeilen mit Zahlen benannt. Somit erhält jede Zeile ihren eigenen Namen. Zuerst klickst du auf die oberste Zelle, um die Überschrift eingeben zu können. Unsere Überschrift ist Berechnung des Kapitals. Damit es ein wenig besser aussieht, können wir im Menü bei Tabelle auf Zellen verbinden klicken, damit die Überschrift nicht in zwei Zeilen geschrieben ist. Darunter schreibst du, was gegeben ist, also die Zinsen und der Zinssatz. Und was gesucht ist, also das Kapital. Und nun zu unserer Aufgabe. Herr Reich möchte von seinen Zinsen leben. Wie viel Geld muss er bei seiner Bank anlegen, damit er bei einem Zinssatz von 4% jährlich 50.000 Euro bekommt? Als erstes gibst du unsere gegebenen Werte in das Tabellenkalkulationsprogramm ein, also 50.000 Euro Zinsen und 4%. Nun musst du in Feld C4 eine Formel eingeben. Um eine Formel eingeben zu können, musst du entweder auf Einfügen und dann auf Neue Formel klicken, oder du drückst einfach die CTRL und Ist-Gleich-Taste. Jetzt kannst du die Zinsen geteilt durch den Zinssatz rechnen, also C2 geteilt durch C3. Geteilt durch musst du hier mit einem Schrägstrich angeben. Schon hast du die richtige Lösung. Hier noch eine weitere Aufgabe zum Selbstlösen. Herr Kauffeld muss für seinen Kredit in Höhe von 30.000 Euro jährlich 900 Euro Zinsen zahlen. Wie hoch ist der Zinssatz? Die Antwort hierfür findest du in der Videobeschreibung. Das war's mit dem Input-Video. Viel Spaß beim Lernen!